Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. Zweite Bundesliga 2022-2023, 10. Spieltag. Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, Kaiserslautern, Speich, Durm, Tomiak, Kraus, Zug, Neuhaus, Ritter, Zimmer, Clement, Redondo, Davins, Beuth. Startelf, Eintracht Braunschweig, Friedrich, Medrita, Brennacht, Prokofik, Max, Krause, Nikolau, Dokor, Honning und H. Lauberg. Das war's von Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, 20.34 Uhr.